Eine offene Dachluke kann während der Fahrt abreißen und großen Schaden verursachen. Haben Sie schon einmal vergessen, die Dachluke zu schließen? Damit ist jetzt Schluss, dank eSwitch. Mit einem Blick auf Ihr Smartphone können Sie sich ganz einfach vergewissern, ob noch Fenster oder Türen geöffnet sind. Wenn ja, ertönt beim Losfahren ein Alarm auf Ihrem Smartphone. eSwitch ist für alle Wohnwagen und Reisemobile geeignet und lässt sich an sämtlichen Dachluken, Türen und Fenstern anbringen. Es können auch problemlos mehrere eSwitches installiert werden. Genießen Sie einen sicheren und entspannten Urlaub mit eSwitch.